Hier präsentieren wir die 5 besten Elektro-Kamine Test. Lass uns anfangen. Liste zu starten Nummer 5. Elfüge Elektro-Kamin Kilo 0621. Liste zu starten Nummer 5. Elfüge Elektro-Kamin 621. Im Ganzen sieht der Kamin sehr schön aus, aber es ist anzumerken, dass er sich nicht sehr schön in einen Wohnraum mit dunklen Wänden einfügen kann. Wenn die Wände ihres Wohnraumes weiß sind, so macht dieser Elektro-Kamin ihr Zuhause gemütlicher und wärmer. Die lohrenden Flammen, die dieses Gerät erzeugt, können stundenlang betrachtet werden. Nummer 4. Elfüge Elektro-Kamin Elektrisches Kamin Feuer Castillo Der Elektro-Kamin 114.754 von er verfügt über ein modernes und futuristisches Desichen, das keinen Menschen gleichgültig lässt. Sein verkromter Korpus hat einen ungewöhnlichen und stilvollen Look und fügt sich in einer jeweiligen Innenarchitektur im Jugendstil einwandfrei ein. Andererseits kann dieses Gerät in jedem Wohnraum aufgestellt und selbst an einem kalten Herbstabend in einem Wintergarten eingesetzt werden. Dabei verhilft es ihnen nicht nur zur Beheizung, sondern auch zur Besichtigung des brennenden Feuers und nach Bedarf selbst zum romantischen Flair. Um den realistischeren und faszinierenden Feuereffekt zu bieten, wird bei diesem Elektro-Kamin eine patentierte Optiflamme-Technologie eingesetzt. Ehrlich gesagt ist dieser Feuereffekt ein guter Blickfang und außerdem bietet er das Gefühl, dass dieses Kunstfeuer ewig beobachtet werden kann. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unsere Liste Nummer 3. Däuber Elektro-Kamin Der Elektro-Kamin von Däuber erinnert dank seines nostalgischen Designs an die alten mit Holz betriebenen Kamine aus unserer Kindheit. Solches Desichen bietet jedem Benutzer nur nostalgische Erinnerungen. Aber das Modell 103.240 ist ein echter und moderner Elektro-Kamin mit all seinen Vorteilen. Bei seiner Handhabung ist es kein Schornstein erforderlich und so gibt es nicht mehr Rauch und Truss. Der Korpus des Kamins besteht aus Kunststoff und zum Teil aus Metall. Dadurch ist der Elektro-Kamin sehr leicht, er wiegt weniger als 7 Kilogramm. Deswegen lässt sich sein Standort nach Bedarf sehr einfach und ohne Mühe wechseln. Es ist anzumerken, dass es eines der leichtesten Elektro-Kamine mit Bodenmontage ist. Seine Höhe beträgt nur 56.5 cm und die Tiefe ca. 40 cm. Nummer 2 Klarstein-Lauserne Elektro-Kamin 2000 Watt LED Ein paar Worte über Heizfunktion ist es zu sagen. Dieser Elektro-Kamin ist mit einem Heizlüfter ausgestattet. Maximale Leistung dieses Kamins, die er bieten kann, ist 2000 W, wodurch er ideal für die Beheizung selbst von ziemlich großen Wohnräumen ist. Außerdem können Sie die Wärme in Ihrem Wohnraum selbst kontrollieren und die Leistung des Gerätes, zum Beispiel, auf 1000 W einstellen. Es ist anzumerken, dass der Heizlüfter geräuscharm ist. Auf jeden Fall stört ihr gar nicht, beispielsweise, beim Fernsehen oder Radio hören. Das einzige, woran Sie immer denken sollen, ist die Sicherheit. Deswegen, um den Brand zu vermeiden, ist es streng verboten, das Gerät bei seinem Betrieb zu decken. Und die Nummer 1 unserer Liste. Erd 114.938 Nordic Deluxe Elektrisches Kaminfeuer Das Komfortgefühl, das bei der Beobachtung des glimmenden Holzes in einem Kamin entsteht, ist immer einzigartig. Am regnerischen Herbstabend in einem Lieblingssessel neben einem Kamin eine Tasse Tee zu genießen, ist es der Traum fast jedes Menschen. Aber wie der Volksmund sagt, jedes Ding hat zwei Seiten und der Kamin ist hier auch keine Ausnahme. Neben Vergnügen und Komfort werden auch Rauch, Staub und Ruß mitgeliefert. Deswegen möchten wir Ihnen eine gute Alternative wie Elektrokamin 114.938 von er präsentieren, der über alle Vorteile eines wahren Kamins verfügt, aber dabei besitzt er gar keine oben genannten Nachteile. Der Elektrokamin 114.938 hat eine skandinavische Gestaltung. Sein Korpus besteht aus Metall sowie Holzteilen und passt ideal fast für jeden Wohnraum. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren unseren YouTube-Kanal.